Hier ist wieder Tesla Fan mit den 25. Tesla Fan Nachrichten vom 6.01.2018. Ein neues Jahr und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr erst einmal, bevor wir anfangen. Dann noch mal der Hinweis für die meisten Artikel sind unten drin links zu den verschiedenen Internetseiten. Das bedeutet, ihr könnt dort mehr detailliert euch die Sachen durchlesen. Manche gibt das nicht mehr Informationen, aber ihr könnt ja gucken, da ist auf jeden Fall alles drin. Also immer unten reinschauen, da sind die ganzen Links zu den ganzen Internetseiten, wo ich diese Informationen hier habe. Und wie immer fangen wir an, erst mit Tesla, dann mit anderen Fahrzeugen und zum Schluss kommen dann die Themen, die herum um diese anderen Fahrzeuge beziehungsweise Tesla denn sind, annähernd Elektromobilität. Ja, des Weiteren habe ich einige Videos jetzt über meine Testfahrt mit dem P85D reingestellt, mit dem Zoe. Ich habe UK jetzt eine ganze Serie drin, also wen es interessiert. Eine schöne Reise, viele kleine Geschichten, auch viele Informationen. Könnt ihr ja gucken, ob ihr euch da was anschauen wollt. Fangen wir aber erst mal an mit den Tesla nach Rechten. Seit 2012 liefert Tesla Fahrzeuge aus. Jetzt sagt jemand, ja, bei der Roadster. Ich habe den Roadster mal ein bisschen draußen vorgelassen. 2012 die Fabrik Fairmont und von dort aus dann Fahrzeuge ausgeliefert. Also ohne den Roadster hat Tesla fast 200.000, 290.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Wenn man dann immer hört, ja, sie schaffen es nicht und sie kommen nicht voran. Die haben dieses Jahr wieder 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind wieder 50 Prozent mehr als das Jahr davor. Das heißt, die haben Steigerungsraten, die sind enorm in den Bereichen. Und auch beim Model 3, wo sie jetzt so 1.500 ausgeliefert haben insgesamt, haben sie angefangen mit 50, 100 und haben jetzt im letzten Monat fast 1.000 Fahrzeuge dazu gebaut. Das heißt, die Produktionssteigerungen sind riesig bei Tesla. Und natürlich ist es so, dass gerade Aktien natürlich ein gutes Spekulationsobjekt sind. Und wenn man dann es schafft, dass auch mal schön negative Informationen kommen, dann kann man da wieder drei Euro verdienen. Also passt auf, falls ihr investiert habt in Tesla, lasst euch nicht durch diesen Humbug davon abbringen. Jeder muss selbst wissen, wo er reingeht. Das zweite ist Elon Musk. Elon Musk ist ein Mensch, der sich ja um viele Sachen kümmert und man fragt sich, warum weiß er denn so viel? Und da war jetzt ein Artikel, ich weiß nicht, ob der hundertprozentig richtig ist, der eben sagt, dass er Elon Musk zwei Bücher am Tag liest. Ob er da wirklich viel für die Zeit hat, zwei Bücher am Tag zu lesen? Und er soll ein fotografisches Gedächtnis haben. Das heißt, das, was er gelesen hat, das weiß er dann auch noch. Auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob man eben zwei Bücher lesen würde. Das wäre dann sozusagen, wenn ein normalsterblicher ein Buch im Monat liest, liest er 60 Mal so viel. Wenn er das alles auch noch behalten kann, ist das natürlich dann enorm. Das erinnert mich an, ich glaube Nummer 5 lebt mit dem kleinen Roboter, der das innerhalb von Sekunden so ein Buch gelesen hat. Kann sein, kann nicht sein. Witziger Artikel, habe ich auch den Link dazu in den Informationen. Ja, denn das Model S hatte, da war im Schnee ein großer LKW stecken geblieben, hat ein Model S diesen LKW freigezogen und rausgezogen aus dieser Schneewehe, sodass der weiterfahren konnte. So ganz ungewöhnlich ist das nicht. Wir hatten ja in England, das war glaube ich in der zweiten Geschichte, die ich gepostet habe, habe ich Polizisten am Supercharger getroffen. Die waren dort mit dem Range Rover. Die sind sozusagen auf diesem Highway unterwegs und wenn ein LKW stehen bleibt, dann schleppen sie mit diesem Range Rover diese LKWs weg. Also insofern sagte der Polizist schon, Mensch, Model X wäre auch super, dann würden wir da, würde ich lieber mitfahren und Dienst tun. Aber im Moment war eben der Range Rover noch, das ist ja die erste Wahl. Dann hat Tesla einen neuen Routenplaner rausgebracht. Auch dazu habe ich euch den Link unten drin. Findet man auch unter, ich glaube Laden bei Tesla, auf der Tesla Seite. Da kann man seine Location eingeben, also von da nach da hin fahren. Dann sagt er, ja bitte da laden. Und auch wie lange man lädt, wie lange man fährt, da kann man dann genau sehen, wie lange man braucht. Man kann unterschiedliche Fahrzeuge wählen, leider keine alten Fahrzeuge, also nicht den 85er, sondern nur den 75er. Aber da der 85er ähnlich ist wie der 75er, kann man den nehmen. Und wenn man 90er hat, ja dann nimmt man den 100er und ja sagt, gut, man kommt nicht ganz so weit wie der 100er. Dann muss man teilweise mal gucken, aber dann kann man ungefähr schon mal seinen Weg planen. Was aber, was ich besonders gut finde, ist, man kann dann eingeben, ich würde gerne hier am Zielort irgendwo laden wollen und dann kann man draufklicken, bitte am Zielort zeigen, wo man laden kann. Und dann wird einem angezeigt, wo es Destination Charger gibt. Das heißt, man will nach Cottbus fahren. Dann sagt man in der Nähe, wo kann ich laden? Und dann zeigt er Hotels, die eben so was anbieten, dass man dort laden kann. Auch eine gute Sache. Ich glaube, das kann auch noch weiter verbessert werden, aber trotzdem natürlich eine tolle Sache, das so zu nutzen, wenn man sich auf Reisen vorbereitet oder wenn man einfach mal sehen möchte, ja was kann denn so ein Model S? Ich habe dazu auch ein kurzes Video mit Range reingestellt jetzt, Tipps und Tricks. Da zeige ich auch die Internetseite, wo man eben sich angucken kann, wenn man 75er nimmt und dort verschieden einstellen kann, wie warm es ist, ob man Klimaanlagen nutzt und so weiter. Also das geht auch auf der Homepage und ich habe ein klein bisschen dazu erklärt in dem Tipps und Tricks Video. Ja, dann hat Tesla für die Semitrucks jetzt die Bestellseite geöffnet. Allerdings nicht in allen Ländern, sondern in Holland, Norwegen und in UK. Und ja, da kann man jetzt etwas bestellen. Der 300 Meilen Reichweite LKW kostet 110.000 Pfund und der 500 Meilen Reichweite LKW kostet 140.000 Pfund. Also für so einen LKW finde ich im Preis eine ganz gute Preise. Ja, dann ist das so, der größte Supercharger in Europa, ist in Norwegen gebaut worden. Da wird jetzt von 34 auf 42 Ladeplätze aufgerüstet. Wenn man sich jetzt wundert, ja warum wird denn in Deutschland gar nichts mehr gebaut? Ja, die Ladeverordnung für die verbesserte Anbindung von elektrischen Fahrzeugen verhindert, dass Tesla weitere Supercharger in Deutschland baut. Denn dort drin steht, jeder muss sozusagen öffentlich das bereitstellen, so dass jeder laden kann. Und das bedeutet, dass nicht jeder laden kann. Schademo, die Japaner, dürfen nicht laden. Die müssen nicht angeschlossen sein. Da muss es keinen Stecker für geben. Es muss nur einen CCS-Stecker geben, also einen deutschen Normstecker. Schön ist das alles nicht, weil das Problem ist, wenn Tesla jetzt so etwas anbietet, man könnte doch sagen, warum machen die das denn nicht? Können die doch. Da müssen sie ein Abrechnungssystem dafür natürlich haben, um denn diese Fahrzeuge abzurechnen. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand und würde riesige Kosten verursachen erstmal. Und die Nachfrage nach diesen Ladeplätzen ist einfach so gering, weil normalerweise auch die Ladung viel zu teuer ist an den meisten Ladeplätzen. Außer bei Tesla. Bei Tesla kriegt man das immer für den sogenannten Heimpreis oder eben umsonst. Also jetzt bei dem Model 3 ist, glaube ich, nicht angedacht, dass das ungefähr der Strompreis, den man zu Hause ist, zahlt. Man hat ein paar Freikilometer vielleicht. Oder Freiladung, Kilowattstunden. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist das nicht sehr schön. Das war schon vom ersten Teil über Tesla bis gleich zu den anderen Elektroautos. Jetzt sind wir bei den anderen Elektroautos. Und da kommt erstmal Henrik Fisker. Henrik Fisker hat ein neues Fahrzeug entwickelt. Und hier so ein erstes Bild. Ich habe unten drin, wie gesagt, den Link dazu, wo man sich ein paar mehr Bilderchen angucken kann. Das Auto sieht schick aus. Die Türtechnik ist, ja, schon gewöhnungsbedürftig. Ist cool, aber gewöhnungsbedürftig. Bin gespannt, ob der eben auch erkennt, dass ein Hindernis dort ist und nicht die Tür aufmacht und gegen irgendwas gegenstößt. Kann natürlich sein. Henrik Fisker, nur so ein klein bisschen, der hat ja schon mal so ein Hybrid gehabt, der wirklich 90 Kilometer oder so etwas Reichweite hatte. Glaube ich 90 oder 100 Kilometer Reichweite, nur mit Batterie und dann eben so ein Benzinmotor dazu drin damals. Und der Henrik Fisker hatte sich ja mit dem Ian Musk damals gestritten, weil er da für Ian Musk an sich das Model S bauen sollte und hat dann aber den Fiskers gebaut. Ja, aber dazu das Auto so generell sieht schick aus. Also wenn solches Fahrzeug auf den Markt kommt, würde ich gut finden. Einfach weil das die Möglichkeit, die Auswahlmöglichkeit erhöht. Ein weiteres interessantes Auto ist der Renault. Die Franzosen haben jetzt ein Prototypen entwickelt. Da gibt es auch so ein ganz strangers Video zu. Kann man mal gucken, da fahren die ins Haus rein und so weiter. Aber das Auto sieht an sich so ganz, ja, also nicht schlecht aus. Soll bis zu Stufe 4 autonom fahren können. 72 Kilowattstunden Batterie drin. Wie weit der Wagen jetzt wirklich kommt und so weiter, habe ich jetzt dann im Moment noch nicht herausgefunden. Aber und auf Wanderwagen auf den Markt kommt, soll jetzt irgendwie 20, 22, 23, irgendwie sowas auf den Markt kommen. Aber ein interessantes Auto. Schön, wenn der Wagen wirklich live gehen würde. Dann hat BMW, BMW hat den Plug-In-Verkauf um 31 Prozent gesteigert. BMW hat sowieso die 100.000er Marke für Plug-Ins erreicht dieses Jahr und wollen weiter das erhöhen. Also sofern, ja, BMW ist die Marke in Deutschland, die eben am meisten in diese Elektromobilität reingeht. Innovation bei denen sowieso immer großgeschrieben und die haben, glaube ich, auch die größte Konkurrenz durch durch den Tesla. Wobei, ja, die Absatz, die Mengen müssen natürlich auch da sein, um eben Konkurrenz machen zu können. Dann kommt der, als nächstes der Jaguar. Der Jaguar I-Pace finde ich ein tolles Auto. Startpreis 82.000 Euro. Es gibt wohl auch einen, der mit 76.000 Euro nachher rauskommen soll. Also so wie das aussieht, ja, 32.000 Euro ist 82.000 Euro. Entschuldigung. 82.000 Euro finde ich an sich zu viel, weil Jaguar ist nicht auf Augenhöhe mit dem Tesla Model X. Der Jaguar ist ein schönes Auto, hat aber nicht diese Infrastruktur, nicht das Backup, was der Model X hat. Daher, um wirklich da rein, hätten die zwischen dem Model 3 und dem Model X irgendwo den Preis so um die 70.000 wählen müssen. Dann wären sie eine echte Konkurrenz und dann wäre meiner Meinung nach auch, jetzt bei 82.000 Euro, das ist, ja, wird das der Preis einfach so hoch. Da hinzukommen, ist schon eine Menge. Eben wie die großen Tesla. Und die großen Tesla kann sich eben nicht jeder leisten. Das ist einfach so. Und wenn man bei 70.000 eingestiegen wäre, dann wäre, geht das in den BMW 5er Bereich rein oder so, dann hat man so ein Auto bessere Möglichkeiten. Aber wieder mal ein anderer Prototyp zu sehen von Infiniti Q. Infiniti Q. Infiniti ist, glaube ich, Nissan, wenn mich nicht alles täuscht. Also es gibt ja Lexus von Toyota und ich glaube Infiniti ist Nissan, wenn ich nicht falsch, total falsch liegt. Auf jeden Fall die besondere Marke eben von denen und die haben jetzt eben auch einen Prototypen, der elektrisch denn fahren soll. Auch dazu gibt es nicht so viele Informationen. Ich denke mal, wir werden in den 20ern, also ab 2020 werden wir eine Schwemme kriegen von neuen Fahrzeugen. Jetzt sind die Ankündigungen und die Firmen müssen erst mal umstellen. Ja, und als letztes hat hier Hyundai noch sein Fuel Cell vorgestellt. Ich denke, Fuel Cell, wie von vielen gesagt, ist ja für Autos nicht so optimal. Kann für andere, also Fuel Cell kann ganz bestimmt für andere Sachen genutzt werden. Vielleicht Schiffe, große Schiffe oder so etwas. Bei Trucks war ja auch die Idee, Nikolai, Nikolai, glaube ich, heißt der, Truck, der mit Fuel Cell, da gibt es die Möglichkeit. Aber Hyundai hat auf jeden Fall solch Fahrzeug auch vorgestellt und ich meine, man soll ja nicht nur stoppen und in eine Richtung entwickeln, man soll ja immer überall gucken. Insofern ist es nicht falsch, auch eben in den Bereich reinzuentwickeln. Ob das dann nachher wirklich sinnvoll ist oder nicht, das kann man dann ja noch entscheiden. Und damit sind wir schon am Ende vom zweiten Teil. Und gleich kommen wir zu anderen Sachen herum um die Elektromobilie. Beim letzten Teil fangen wir als erstes an, autonomes Fahren. Da gibt es Aurora. Das ist sozusagen aus ehemaligen Managementbereich von Tesla Leute, die diese Firma aufgebaut haben. Die arbeiten jetzt zusammen mit VW und mit Hyundai, um dieses autonome Fahren eben weiter voranzubringen. Und ja, es ist ganz logisch, dass Firmen, Autofirmen sich das Know-how einkaufen bzw. kooperieren mit Firmen zusammen. Tesla geht da einen eigenen Weg, komplett selbst das zu entwickeln, was nicht falsch ist. Aber es gibt eben immer die zwei Möglichkeiten. Entweder man holt das direkt rein oder man arbeitet zusammen, kauft dann die Firma mit ein. Naja, also Aurora, Zusammenarbeit, VW und Hyundai. Denn als zweites, Tesla hatte ja in Australien eine Batterie gebaut, die eben sehr erfolgreich das Netz stabilisiert. Jetzt haben sie ein zweites Angebot, also beim zweiten Angebot gewonnen und bauen eine weitere Fabrik, um einen Windpark auszugleichen. also auszugleichen, wird ein wird sozusagen eine Batterie dazu gebaut, was auch Sinn macht, dass eine Batterie neben einem Kraftwerk steht. Ob es ein Windkraftwerk ist, Solarkraftwerk, Kohlekraftwerk oder wie auch immer. Denn kann man nämlich da puffern und hat eine wesentlich bessere Regelungsfähigkeit von diesem von dieser Kraftwerksart. Interessante Sache. Ja, Faraday Future war eine Zeit lang ganz groß in den Medien, ist ja der Autohersteller, der gesagt hat, ja, wir werden Tesla Konkurrenz machen. Dann war ja, hieß es erst pleite und nun hat eben der CEO gesagt, dass sie Ende 2018 mit der Produktion anfangen. Ist schwerlich zu sagen, ob es wirklich dazu kommt. Wäre auf jeden Fall gut. Jedes neue Angebot bringt mehr Vielfalt und bringt mehr Möglichkeiten. In Norwegen, Norwegen ist ja das Land, was riesige Ölproduktion hat, aber andererseits eben auch die Elektromobilität vorantreibt. Und da haben sie jetzt eine Zulassungsrate von 52% Plugins gehabt im Dezember. Das bedeutet, es wurden mehr Autos mit Strom, also mit Lademöglichkeiten verkauft als ohne. Das ist schon eine extreme Entwicklung. Norwegen will ja insgesamt dahin, dass sie, ich glaube 2030, 2035 komplett übergehen, nur noch Autos zu lassen, die eben Plugins sind. Ich weiß gar nicht, ob sie reine Elektroautos dann, ich denke, aber Plugins wird wohl noch gehen. Naja, auf jeden Fall, Norwegen, diesen Rekord, tolle Sache. Ja, denn eine nicht tolle Sache ist, dass die Subventionen in Deutschland nicht genutzt werden für Elektromobilität. Und ja, ich habe darüber auch ein Video gemacht mit meinem BMW, was das, was, wie kompliziert das ist, diese Subvention zu erhalten. Wir haben uns ja einen BMW i3 geleast und haben daraufhin dann auch die Subventionen für dieses Fahrzeug beantragt. Und das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis es denn bewilligt war. Die Leute dort waren nicht unfreundlich, mit denen wir telefoniert haben, auf jeden Fall nicht. Aber diese Anforderungen, ein Aufwand, ein totales Verbrennen von Geld, da verbrennt man mehr Geld parallel zu dem, als was man den Leuten als Subventionen gibt. Einfacher würde gehen, aber man macht das eben nicht. Das ist an sich Augenwischerei mit dieser Subvention. Und Tesla übrigens, da gibt es ja keine Subvention für, weil man sich das ja so ausgedacht hat, dass man möglichst Tesla natürlich nicht unterstützen will. Ja, haben sie die Grenzen der Neupreise eben niedriger gesetzt? Ja, eine unschöne Sache. Kommen wir zu Nissan. Nissan entwickelt eine Schnittstelle Gehirnfahrzeug. Also, dass sozusagen direkt sozusagen das, was im Gedanken läuft, umgesetzt wird, auch auf Fahrreaktionen wie Bremsen und sowas. Wenn jemand sieht, Mensch, ich müsste bremsen, kann aber selbst noch nicht reagieren, dann wertet eben so ein Auto aus. Achtung, er will an sich bremsen, ist nur nicht schnell genug und bremst dann. Ja, kann natürlich eine Sache sein. Ich denke eher Richtung autonomes Fahren, aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Ja, insofern kann man sehen, Fuelcell, dieses gehirngestützte Internet oder Schnittstelle zum Fahrzeug und so weiter, das sind ganz viele neue Sachen, die im Moment angeguckt werden und entwickelt werden. Ja, dann hatte ich letztens eben einen Tweet gemacht zu Elon Musk und habe ihm gesagt, ja, warum baut er nicht in Deutschland? Wir hätten einen deutschen Tesla. Hatten aber nicht geantwortet. Er kriegt Millionen von den Dingen. Also, sofern kein Wunder. Und jemand schrieb mir dann, Mensch, ja, Deutschland hat ja keine erneuerbare Energie. Norwegen wäre ja. Und ohne Frage. Deutschland hat eben nicht diese Wasservorräte, die Flusskraftwerke und sowas, die in Norwegen da sind, das ist einfach natürlich, diese Energiedra. Aber wir sind jetzt bei knappen 38 Prozent Windenergie. Also, was produziert wird, das 38 Prozent, das ist schon eine ganz schöne Menge, das sind 33 Prozent Zubau. Und wir haben Rückgänge eben von Kernenergie und von der Steinkohle. Und hauptsächlich die Braunkohle ist jetzt noch. Und man muss sehen, dass Braunkohle ist ein Rohstoff, der in Deutschland ist. Das heißt, Unabhängigkeit von den ganzen Ölgeschichten, von den ganzen Gasgeschichten, Putin und wie sie, wie unsere Freunde alle außerhalb von Deutschland heißen, sind wir natürlich denn mit Ökostrom und mit Braunkohle unabhängiger. Ja, aber die Entwicklung geht weiter. Ökostrom wird weitergebaut. Das heißt, es wird immer mehr Wind- und Solarstrom die Lücke füllen. Und irgendwann werden diese Energiequellen eben zu 100 Prozent, ja, die Energie erzeugen. Es sei denn, es wird noch etwas anderes wie Geothermie oder so etwas erfunden, die eben damit reingehen. Aber ich denke auch, dass wir auf Dauer, ja, keine Rohstoffe mehr verbrennen, um Energie, also um Strom zu erzeugen. Was, ja, gut wäre. Aber ein paar Jahre müssen wir da noch warten. Ja, und dann ist es so, dass Tesla sucht Mitarbeiter für die Gigafaktorie. Ich denke in Amerika, aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand hier sagt, das ist super interessant, da würde ich auch irgendwie was, dass man da einfach sich bewerbt, wer Lust hat, und dann mal probiert, bei der Gigafaktorie zu arbeiten, glaube ich, ist interessant. Ich bin nicht mehr in dem Alter, um jetzt da groß auf Reisen zu gehen. Und dann ist bestimmt auch nicht die Zielgruppe. Aber, ja, auf jeden Fall, da gibt es eine Möglichkeit. Und in Deutschland sind die Leute alle gut ausgebildet. Warum nicht? Kann man ja mal probieren. Vielleicht, wenn jemand sich bewerbt und da eine Rückmeldung kriegt, würde ich mich interessieren. Vielleicht kann ich einen Kommentar reinschreiben, falls wirklich jemand da das mal probiert, sich zu bewerben. Interessante Sache, auf jeden Fall. Ja, dann, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, man bewerbt sich dort, arbeitet in der Gigafaktorie. Jetzt wird eine neue Gigafaktorie in Europa gebaut. Dann muss ja Know-how mit rübergeholt werden. Dann kann man ganz bestimmt vielleicht, nachdem man dort eine Zeit gearbeitet hat, um zu lernen, wieder zurückzukommen nach Europa und dort das mit aufbauen. Vielleicht ja auch in Deutschland. Mal schauen. Ja, dann, und jetzt Jensen. Jensen ist eine chinesische Großstadt. Zwölfe und halb Millionen Einwohner. Zwölfe und halb Millionen Einwohner ist für China nicht ganz so groß. Das gibt wesentlich größere Großstädte, aber schon relativ groß. Und die haben jetzt die komplette Busflotte umgestellt auf elektrischen Antriebe. Und als nächstes kommt komplette Taxis umstellen. Dazu habe ich auch unten rein, da gibt es ein YouTube-Video von, wo so ein klein bisschen darüber berichtet wird. Kann man sich angucken. Ganz interessant finde ich. Also super Entwicklung und das sind alles vom Byte Hersteller. Einer der größten, oder der größte Hersteller in China, Batterien und Elektrofahrzeuge. Also Byte ist eine Firma, die bei uns nicht ganz so in den Schlagzeilen ist. Aber ich kaufe auch etwas von Byte. Dazu komme ich, wenn ich zu meiner Solaranleihe komme. Also, ja. Aber trotz alledem eine tolle Sache, diese Entwicklung. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Tesla-Fan-Nachrichten. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Empfehlungslink nehmen. Ich weiß im Moment gar nicht, ob das überhaupt noch Supercharger-frei gibt. Ich glaube, das ist ab dieses Jahr nicht mehr. Also informiert euch erst, ob das noch Supercharger-frei gibt. Weil es wäre ja schade, wenn ihr, also vielleicht, ich glaube, dass das für X und S Supercharger-frei geben wird. Nur nicht jetzt, vielleicht so. Also da muss man mal ein bisschen gucken, ein bisschen fragen, wie das ist. Wenn das das ist, mein Empfehlungslink ist natürlich zur Verfügung. Könnt ihr gerne nehmen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan. Ja, und bis zum nächsten Mal.